Motto des Tages Was geht über die Leute? Herzlich Willkommen zu einer neuen Reaction Wir reagieren hier heute auf Omid Sage Der hat mit Lipton Swarkly gespielt, ein Switcher-Root-Turnier Und ja, also ich bin noch krank und so, ich habe Aften im Mund, deswegen rede ich ein bisschen komisch und so Aber trotzdem versuche ich nur wieder ein bisschen was an Content rauszuhauen, ich hoffe auf jeden Fall euch gefällt es trotzdem Und ja, ihr appreciated Den Grind Lipton Swarkly übrigens ein deutscher Spieler Und der Kollege Omid Sage, ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel Der hat was interessantes gemacht Also das ist, ihr dürft nicht vergessen, das ist keine normale Public-Runde, ne? Es ist Grand Finals In einem Turnier Oder was war das? Irgendwelche Finals auf jeden Fall Nachdem er schon 11 Stunden 30 Minuten gespielt hat Lasst euch hier, obwohl sie die Wertung da sind, wenn ihr euch da freuen, kostenloses Abo Und dann schauen wir mal Was wird, was wird Ich für meinen Teil habe gerade Ich für meinen Teil habe gerade eben richtig schön Drei Solo-Wins in Folge gehabt Und in der vierten Runde sterbe ich, weil Der Prezi an eine unsichtbare Kante vor mir gesetzt wurde Obwohl ich woanders hingeschaut habe Und dann habe ich das Zeichen des Präzisionsluftschlags außer Acht gelassen Weil ich habe mein Inventar sortiert im Late-Game Und dann habe ich mein eigener Prezi getötet Schade Und Justin, danke für die 54 Monate, mein Bester Vielen, vielen Dank Dicker, dicker Kuss geht raus Ehre Ich würde gerne wissen, auf welchen Server die spielen Weil der hat einen 170er Ping Und ich glaube, er ist NA Vielleicht haben die sogar auf EU gespielt Wer weiß Schreibt gerne mal in den Twitch-Chat Oder in die YouTube-Kommentare Euren Kill-Rekord Oh, 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 das wollte er nicht Oh, jetzt wird schnell noch den Kill geholt Weil es ist ja Kill-Duell Meiner ist, glaube ich, immer noch 24 Da kommt, Digga, wie viel ist da los? Versteckt sich im Busch? Bei den, Bro Jep Krabnus ist weggekommen Schöner Laufweg Schön Schön clean Schön clean zu Ende gespielt Hast glaubt ihr, wie viele Leute werden sich über die Lobby aufregen? Sieben? Ui Okay Stimmt, mir fällt gerade aus Ich hätte fast heute den Kill-Rekord gebrochen, ne? Ich hatte 22 Kills in Solo Acht Kids Early ist so strong, ne? Äh, das Geräusch, was ihr im Hintergrund übrigens hört, das ist der, äh, der Wall-Hack tatsächlich Nein, schwarzes Discord Wenn man sich mutet und unmutet Das sind alles Bots Auch schöner Laufweg Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Kurz die Bots töten, äh, man sieht richtig geil, man sieht richtig geil, wie schlecht der Ping ist Die, also oft ist es so, dass die Bots wirklich ein paar Sekunden oder eine Millisekunde Knock gehen Also umfallen, nachdem er aufgehört hat zu schießen 19, mhm Einen vor der 21 zu sterben ist natürlich bitter Oh, hat Tech V gespielt, wenn ich das richtig sehe Und X, äh, X13 X13 spielt man jetzt mit einem, äh, 38 Schussmagazin, ja? Oder was? Oder 34? Der, wie viele Boxen hat der mit? Ey, ich bin richtig gespannt, was da jetzt noch kommen wird, ne? Tech V Ohne Scheidämpfer Ich glaube, es gibt so eine Mindung, die aktuell ein paar Leute spielen Die ist für horizontale und vertikale, äh, Horizontale und vertikale Rückschussdämpfung Aber ich mag es gar nicht ohne Scheidämpfer zu spielen Ich weiß nicht, wie es euch geht Kleinen Bunnyhop gemacht Das ist halt unglaublich, ne? Was spielt ihr lieber? Tech V oder RPK? Kommt mal raus Schön gerechelt Wow, wow, wow Schon RPK, oder? Alter Okay, what the fuck Was war das denn? Nein! Sogar noch connected, der Shot Sein Aim ist geistgestört Muss man wirklich sagen Also, das war gerade richtig sexy Oh mein Gott Oh mein Gott Man hört nichts LOL Das war Lennon Ich hasse es nicht Das war Lennon Das ist ein anderer Das ist ein anderer Wager-Spieler Ganz kurz für die Leute, die das nicht gecheckt haben, was hier gerade passiert ist Lennon ist ein anderer Wager-Spieler Und der hat Solo-Scots gespielt Ja, und dann hat er halt gesehen, dass er Sag getötet hat Aber will ihm halt nicht das Turnier versauen Und ist deswegen gequittet Findet ihr das ehrenvoll, oder findet ihr das ist so Wettbewerbsverzerrung? So ist Ah, what? Ist schon korrekt, oder? Er hat denen ja jetzt auch keinen Kill geschenkt oder so, er ist einfach gequittet Oh, Sir Bro, this guy Lennon landed on... I don't know, bro He did like some parkour shit And then he just left the game Haha This shit was crazy I'm playing Ha, hier ist so gut Korrekt Einer, einer, einer im Chat Sagt die ganze Zeit, dass er so gut ist Voll süß Lennon Lennon Digga, er läuft aber wirklich da wie bei Assassin's Creed durch, ne? Ist insane Alter, wie viele Kills Oder Ah, das ist love led, but That was funny, bro I was kinda like Alright, this motherfucker's gonna Probably push up the bottom right of me Or bottom left So I'm gonna just smoke myself And, you know, just Play roof And I heard metal and I was like Is he, like On the stairs on the other side of me? Or is he above me? The motherfucker was up there just looking at me I was like, what the fuck? Your shards are in the marsh Yep Oh, I see teams That's the krankerunde, hast du schon gesehen, oder was? Warst du live dabei? Bro, that boy Aber Ich kann nicht der einzige sein, dem dieses Discord-Geräusch auf den Sack geht, oder? Mein Fairnex Das ist ja wirklich schrecklich Ich bin nicht da Oh, ja, ich sehe das, bruh Bruder Bruder There's loads over here What's on here? Nein Oh mein Gott Alter Alter Was war das für ein Laufweg, hallo? Das war ja insane Junge, richtig schön Richtig schöner Laufweg war das Da ist er oben Da ist er oben Digga, er ist ja wirklich einfach nur eh Mhm Was? Zum Teufel? Passiert er gerade? Hallo? 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 What the fuck's happening, bro? Oh, it's fucking hilarious, bro Oh, it's fucking hilarious, bro Alter Was war das denn? Fucking hell, bro Bruder Oh mein Gott, er hat dir soo schwindlig gespielt Attaboy, keep it up, bro I'm up 16, you're up 1 I'm fighting next to me too Yep I know, brud Why'd you leave, bro? Just let me run, you go get PR Digga, der hat die soo schwindlig da gespielt, ne? Ich komm nicht klar Ich komm nicht klar Die haben ja gar nichts gecheckt, alter What the fuck? Oh mein Gott Der hat halt nicht mal ne Waffe Oh mein Gott, das ist fucking hilarious Hey, you're, you're bad from us, bro Also Sowas wie gerade euch hab ich gesehen Als er dieses Wurfmesser schmeißt, ne? Some motherfuckers are buried Äh, weil ich seit 200 Wochen krank bin, Sato Einfach mal ein bisschen Blutbild abchecken lassen Kann ja nicht schaden Oh Digga, er lacht die Gegner auch einfach die ganze Zeit aus, wie unkorrekt Bro Ja, man, he's so fucking tiny, bro He's laughing at me, too Holy shit This shit is hilarious, bro Digga, er lacht die ganze Zeit I'm not even trying I'm not even trying We're crazy, bro Need a Sasha, by the way Es ist einfach ne EU-Lobby Das verstehe ich nicht, ne? Ich schwöre, die spielen einmal eine EU-Lobby und erwischen die Astro-to-Gods-Lobby. Was ist das? Digga! Hört ihr das an? Er denkt einfach, dass bei uns... Also, ich verstehe es nicht. Das ist eine EU-Lobby. Ich habe Fragen, Chat. Vibing. Alter. Smoke geschmissen? Nein. Digga! Wie? Hallo? Wie perfekt war die Smoke gerade, bitte? Ich habe vieles an mir, mein Bruder. Digga, was macht er? What the fuck? Moin, Gravino. Also, das ist so insane gespielt, ohne Scheiß. Das passiert jetzt nicht wirklich, oder? Ich bin einfach nur fasziniert gerade. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Digga. Also, das ist... We're up 20. Ja. Oh. Oh. Broder, er spielt es so sauber runter, das ist insane. Nein! Hey, ihr habt eine Fahrt. Oh. Oh, wir won. Nein, bro. Ich will es so machen. Ha, ha, ha. 34 Kills. Game is just orangey. Der, also ich bin, ich bin wirklich komplett impressed, ne? Also, wie der das runter spielt, ich komm nicht klar. Das ist Omi Zed, heißt der. Ich schicke den Link gleich rein. Für die YouTube-Zuschauer ist es auch in der Videobeschreibung verlinkt, natürlich. Aber ich bin wirklich mad impressed gerade, muss ich wirklich sagen. Also wie schön er das auch runtergespielt hat, finde ich heftig, oder? Und er lacht die ganze Zeit auch dabei. 34 Kills, was hättet ihr für einen Puls, Alter? Digga, ich wäre so aufgeregt. Ja, das mit dem Muten ist schon nervig, ich habe mich jetzt aber daran gewöhnt, wenn ich ehrlich bin. Da ist ein ganzes... Ah, das sind Bots, ne? Okay, ich dachte... Diese Smokes sind so geil. Digga, die sind perfekt einfach. Das muss ich mir mal merken, mit den Smokes. Er geht auch nicht zum Lowdown, einfach was ihm egal. Oh, ein Jaderig wäre geist gestert. Also die Shots sind lächerlich. Also auf nem 170er-Ping, diese Shots mit der Tech-V. Digga, ich check's nicht, ne? Also wie man so ne Lobby erwischen kann, also er spielt's halt auch wirklich gut runter, ne? Aber wie man so ne Lobby erwischen kann, versteh ich nicht, kann ich dir wirklich nicht erklären. Okay, er sagt grade, er war einen Monat lang in Australien und hat deswegen immer auf nem 150er-Ping gespielt, deswegen ist er das schon gewöhnt, einfach. Ist natürlich auch smart. Troran, 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 Troran. Ich muss 40ern. Ich muss 50ern. Ja, ich muss 50ern, um... Ich werde 50ern, um... Ja, ich werde 50ern. Ja. Ja. Der hat die so schwindelig gespielt, ne? Das ist wirklich krass. Der hat die so schwindelig gespielt. Ist halt Anlag hier, dass er jetzt keinen Gegner mehr trifft. Äh, EMSage heißt er. Bei Twitch. Nee, der hat nicht an. Er ist auch so schnell irgendwie. Oh mein Gott. 38. Weißt du, das ist wirklich beeindruckend, oder? Der hat die. 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 Der hat die Gegner nicht zurück, weil der die schwindelig spielt. Schau dir mal seine Laufwege an und so. Die Gegner wissen gar nicht, was sie machen sollen. Die können ja nicht zurückschießen, wenn die den nicht sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. 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 Die Mine hat ihn One-Shot gemacht. Die Mine war auch einfach wieder perfekt platziert, der ist da genau reingelaufen. Also. Also das, dass I do this one DJ Ring okay, no one Six people left, you need everyone Night night Fuck, I have panic shot right there for no more reason. Night night Also. Aufm 170er Ping, ihr seht es, wie spät die Leute droppen. Delete that. Mess. Hello. I trolled. Not good. I trolled that. I just said that. I trolled so much it hurt. What are you speaking man? GG's. Fuck, I actually should have got that. I should have played for real. Haha. If I would have played for real, I would have just posted that shit on YouTube. Yep. Er holt den Win nicht, mir tut alles weh, ich kann das nicht mehr. Er spielt nicht ernst zu Ende. Oh, Digga, ne, ich kann das nicht mehr. In einem Loch könnte ich alles verlieren, deshalb bleib ich bei dir. Wuppertight. Was geht...